In diesem Teil soll es nun um die Fertigstellung des gewölbten karolingischen Rundschilds gehen. War es vorher nur ein Rohling für einen gewölbten Allerwelts-Rundschild, der auch für andere Darstellungen tauglich ist, so soll er jetzt die Merkmale bekommen, die ihn als typisch karolingisch ausweisen. Wie auch schon beim letzten Mal versuche ich nicht nur zu bauen, sondern auch, und das erscheint mir am wichtigsten, zu begründen, warum ich es tue, wie ich es denn tue, und das natürlich möglichst mit Quellen. Eine Hauptquelle, auf die ich immer wieder zu sprechen kommen werde, ist Shields and Hide on the Use of Hide in Germanic Shields of the Iron Age and Viking Age von Rolf Fabritius Warming et al. und die darauf basierende Rekonstruktion eines Wikinger-Schildes von Warming und Tom Jasö für das Trelleborg-Museum. Da ich aber ein wenig warten musste, bis ich mit meinem Rundschild weitermachen konnte und alles zusammen hatte, begann ich bereits die Griffangel vorzubereiten. Die verwendete Griffangel ist nach einem Fund aus Großwaldstadt gefertigt und liegt zeitlich vor der Karolinger Zeit. Identische Griffangeln fanden sich aber auch in England, Finkelsheim Grab G2, fanden also über weite Distanzen und längere Zeiträume Verwendung. Zwischen den Zungen wurde ein auf Pass gefertigtes Stück Eschenholz eingeführt und mit einem Lederband umwickelt. Es passt genau in die Öffnung des Schildes, die später durch den Schildbuckel verdeckt sein wird. Die Farbe der Schilde zu bestimmen, ist etwas problematisch. Wenn man sich die Gesamtheit der illuminierten Handschriften ansieht, so baut der Stuttgarter Psalter auf den drei Farben Rot, Grün und Blau auf und mischt oder verdünnt diese Grundfarben. Ähnliches gilt auch für den Bernhard Prudentius. Die stärkste Farbigkeit weisen die Prunkhandschriften Karl des Kahlen aus der Zeit um 870 und dem Luther-Evangeliar um 850 auf. Hier dominiert Rot als Farbe der Schilde. Andere Farben fungieren als Kontrast oder Auflockerung der Darstellung. Die Frage, die ich mir daher stellte, war der Schild bemalt? Auch hier kam mir die Untersuchung bzw. die Schildrekonstruktion Warmings zu Hilfe. Er nutzte für die Rekonstruktion Eichenloh gegerbtes Schafsleder. Dieses hatte er durch Untersuchungen nachweisen können. Durch diese Form der Gerbung bzw. die Tannine darin erhält das Leder eine rotbraune Färbung, auch als Lohfarben bezeichnet. Diese Farbe könnte dem Rot in den Abbildungen entsprechen. Wir haben also die Art des Leders und die Farbe. Letztendlich entschied ich mich für vegetabil gegerbtes Schafsleder. Zwar hätte ich durch Kontakte auf dieselbe Quelle zurückgreifen können, die Warming und Jersö für ihre Schildrekonstruktion für das Trelleborg-Museum nutzten, um ebenfalls per Hand Eichenloh gegerbtes Leder mit dieser Färbung zu nutzen, aber um ehrlich zu sein, überstieg das dann doch mein finanzielles Budget. Um meinem Leder nun doch diese Färbung zu geben, arbeitete ich mit Lederfarbe, die ich mir aus zwei Farbtönen mischte. Da eine Lederbespannung aber nicht so flexibel wie eine Textilbespannung etwa Leinen ist, braucht es Einschnitte, um sich der Wölbung anzupassen. Diese Einschnitte könnten die Grundform der Wirbel bilden, die immer auf den Schilden zu sehen ist. Die Punkte neben den Wirbeln interpretiere ich als Nähte, an denen die Segmente miteinander verbunden sind. Ich fertigte aus Packpapier eine Vorlage, die ich der Wölbung meines Rohlings anpasste und später in die Form der Segmente zerschnitt. Die Form bzw. die Anordnung des Spiralmusters bereitete mir bei der Konstruktion aber zunächst Schwierigkeiten, aber einfach nur, weil ich zu kompliziert dachte. Die mittelalterliche Architektur lässt sich in der Regel auf Kreise und Quadrate in ihrer Konstruktion herunterbrechen. So etwa auch bei der Karolingischen Stiftskirche bzw. Pfalzkapelle von Aachen. Genauso konnte ich die Segmente am Schild konstruieren. Von einer gezogenen Mittellinie, die nicht mal nötig gewesen wäre, schlug ich vom Schildrand ein Kreissegment mit dem Radius des Schildes. Dort, wo dieser auf den Schildrand traf, war das Zentrum für das nächste Segment und so weiter, bis ich die Linien für die sechs Segmente hatte. Diese Segmente wurden nun ausgeschnitten und auf das Leder aufgelegt. Da das Stück Leder zufällig, es war tatsächlich nicht beabsichtig, so groß war, dass es den ganzen Schild bedeckte, kam ich mit einer ganzen Haut aus. Ich hatte ursprünglich mit zwei Häuten gerechnet. So, wie es auch bei Warmings Rekonstruktion der Fall war. Hier zieht sich eine Naht quer über den Schild, die die Häute verbindet. Eine solche Naht war auch beim Vorbild nachweisbar und war auch durch das Holz des Schildes gebohrt und mit ihm verbunden. Doch zurück zu meinem Schild. Für die Nähte verwendete ich Leinengarn, das ich selbst gewachst hatte. Die Nahtlöcher wurden mittels Locheisen mit 4 mm Abstand ins Leder gebracht und anschließend jeweils zwei der Wirbelsegmente vernäht, so dass ich zunächst drei Segmente erhielt. Eine Vernähung mit Seen wäre nach Jersö auch denkbar. Diese drei Segmente werden nun aufgelegt, um zu kontrollieren, ob alles passt und dann entsprechend ebenfalls miteinander vernäht. Bevor das Leder nun verklebt wurde, setzte ich zwei Bohrungen, die später die äußeren Befestigungspunkte für die Angel bilden werden. Da die Segmente mittig auf den Punkten ruhen sollten, wobei die Angel im rechten Winkel zur untersten und obersten Holzlage angebracht sein soll, brauchte ich einen Anhaltspunkt, eben die kleinen Löcher. Das Aufkleben erfolgte mittels Caseinleim. Dieser ist wasserfest und sollte den Schild vor Auflösung schützen. Langsam nähern wir uns der Vorlage. Typisch für die Abbildungen der Karolingischen Schilde sind die Dreiergruppen von Punkten, die sich immer in den Segmenten befinden. Doch was ist der Sinn dieser Punkte? Eine ähnliche Frage stellten sich die Thanks of Mercia bei der Konstruktion ihres Princely Shields. Immerhin konnten sie auf angelsächsische Funde von Zierscheiben zurückgreifen, die sich auch auf nordischen Pressblechen wiederfinden, die Schilde abbilden. Die Thanks haben überlegt, ob die Punkte aus Zierscheiben den Angreifer verwirren sollten, in welcher Achse denn die Griffangel liege, um etwa beim Angriff den Schild leichter zur Seite drücken zu können. Stichwort Hebelwirkung. Aber das eigentliche Problem war die Befestigung, denn die Scheiben waren erhalten, nicht aber ein Stift oder Nagel daran. Es waren also tatsächlich nur 2-4 cm große metallene Scheiben erhalten geblieben. Die Idee der Thanks war, dass sich an diesen Scheiben ein hartgelöteter Stift oder Nagel befand und das Ganze dann wie ein Polsternagel in den Schild geschlagen wurde. Im Grunde könnte man das mit Metallkleidern für Möbel ganz einfach nachstellen. Meine Überlegung für den Karolingischen Schild geht nun von ein paar anderen Faktoren aus. Mein Schild besteht ja, wie im ersten Video gezeigt, aus mehreren Lagen einzelner gewölbter Lindenholzleisten. Bei etwas Gebogenem besteht immer die Gefahr, dass es sich auch wieder zurückbiegt, wo es denn ursprünglich mal war. Bei diesem Vorgang verschieben sich die Leisten leicht gegeneinander. Wenn ich nun einen Stift oder Nagel durch die Plankenlagen schiebe, wirkt dieser wie ein Schloss und verhindert das Zurückbiegen. Hinzu kommt, dass es durchaus möglich ist, dass die Planken der Schilde mit Knochenleim verklebt waren. Dieser verliert bei Wärme und Feuchtigkeit seine Klebekraft. Ein Nagel oder Nied mit regelmäßigen Abständen im Schild könnte so die meisten Planken dennoch zusammenhalten, wenn der Kleber seine Kraft verliert. Also schlug ich Dreiergruppen kleiner Schmiedenägel in den Schild und krammte diese am Ende um. Die Nagelköpfe wurden zusätzlich vergoldet, um eine entsprechende Optik zu erzielen. Erst als die Nägel bis auf jene für die äußeren Punkte der Griffangel angebracht waren, begann ich mit der Bespannung der Innenseite. Auf den Abbildungen der Handschriften erscheint diese durchaus unterschiedlich, doch scheinen auch hier Segmente aufgrund der Wölbung genutzt worden zu sein. In meinem Fall wurden es acht Segmente. Erst zu spät bemerkte ich, dass auch bei diesen Abbildungen kleine Punkte erkennbar sind, die auch hier ein Vernähen der Segmente nahelegen. Nun waren aber meine leider bereits aufgeklebt. Im Anschluss begann ich mit dem Anbringen der Schildrandbespannung. Wie Warming auch verwendete ich zwei Millimeter starkes, geerbtes Rindsleder, das mit Kaseinleim aufgeklebt wurde. Warming und Jerso hatten bei ihrem Schild an zwei Stellen den Schildrand zusätzlich vernäht. Beide Varianten, nur verkleben, als auch verkleben und vernähen, sind historisch nachweisbar. Zunächst hatte ich überlegt, zugegeben aus Faulheit, nur zu verkleben. Zum einen bemerkte ich aber dann im goldenen Psalter von St. Emmeram am Schildrand eine leichte Wulst oder Linie, die ich als Naht deutete. Und als sich der Schildrand trotz der zahlreichen Klemmen an drei Stellen etwas löste, war klar, dass ich ihn doch vernähen würde. Wieder kam hier das gewachste Leinengarn zum Zug. Im Anschluss kamen die Schildrandbeschläge, die ebenfalls recht ikonisch sind. Vor allem in der Bibel von St. Paul vor den Mauern und der Vivienbibel stechen diese hervor. Aber auch hier ist das Problem, es gibt keine Funde solcher Beschläge. Zudem stellt sich eine weitere Frage. Waren die Raster an diesen Beschlägen überhaupt Teil des Beschlags oder waren es separate Schmuckteile, die auf der Schildvorderseite angebracht waren? Auf dem Schild vom Bootsgrab 8 in Welsgarde finden sich optisch ähnliche Beschläge, die separat zum Schildrand auf den Schild genagelt waren. Aus mehreren Gründen entschied ich mich dann für einfachere Schildrandbeschläge, wie man sie etwa aus Birka kennt, aber auch im Goldenen Psalter von St. Emmeran erscheinen. Hauptgrund neben der Unsicherheit war vor allem, dass ich befürchtete, dass scharfkantige Spitzen an den Kanten entstehen könnten, an denen man sich Kleider oder Haut aufreißt. Die Beschläge wurden aus Messingblech hergestellt und die Kanten entgratet. Sie folgen den einfachen Beschlägen aus Birka und wurden mit Messingstiften befestigt. Nun fehlt noch der Schildbuckel, Griff und Trageriemen. Schildbuckel und Griff wurden, genau wie die Halteringe für den Gurt, gleichzeitig montiert, da zwei Nägel, die den Schildbuckel halten, auch den inneren Bereich der Griffangel befestigen. Die Nägel für den Schildbuckel wurden ebenfalls versilbert, ebenso wie der untere Teil des Schildbuckels. Ähnliches ist aus Funden bekannt und wohl auch sind Abbildungen des Stuttgarter Psalters in diese Richtung zu deuten. Ursprünglich hatte ich geplant, einen Schildbuckel anfertigen zu lassen, der ähnlich dem Fund von Asshausen ist, aber aus verschiedenen Gründen wurde daraus nichts und ich entschied mich für ein einfacheres Modell aus dem sächsischen Fundgut. Letzter Punkt ist der Trageriemen. Bei einigen Abbildungen karolingischer Schilde sind auch Gurte in Form von Linien zu erkennen, die das Umhängen der Schilde ermöglichen. Aus Birka sind ungeschlagene Nägel bekannt, die entsprechende Ringe befestigen, an denen sich ein Tragegurt befunden haben muss. Was es allerdings nicht gibt, sind Schließen an den Riemen, wie man sie oft bei Nachbauten sieht. Offensichtlich waren die Riemen nicht mit Schließen geschlossen, sie waren also entweder in fixer Größe oder etwa durch ein Bindegurt oder ähnliches geschlossen. Ich entschied mich daher für Letzteres. Damit wäre dann auch alles gesagt und der Schild sollte fertig sein. Wer möchte, kann sich jetzt noch einen Online-Vortrag von Warming und Jaso zu ihrer Rekonstruktion ansehen oder aber eins meiner anderen Videos.